Das ist sozusagen die Erklärungslücke, die jährliche durchschnittliche Erklärungslücke, die wir irgendwie füllen wollen. Was passiert mit dem Geld? Gehen wir also zum zweiten Teil über, wo wir ein bisschen mehr auf die wahrscheinlich interessanteren praktischen Implikationen, schauen wollen. Im ersten Teil haben wir noch mal so ein bisschen theoretisches Rüstzeug uns angeeignet, haben geschaut, was macht der Zins eigentlich, wenn er nicht manipuliert wird, was ist seine Funktion? Und jetzt wollen wir uns angucken, was passiert, wenn man eben politisch versucht, den Zins abzusenken. Was sind die Folgen ökonomischer und sozialer Natur der Niedrigzinspolitik? Da habe ich auch wieder eine Einteilung in vier Punkten. Ich möchte zunächst eine Krisenerklärung geben, nämlich die Krisenerklärung der österreichischen Schule der Nationalökonomie, die auch wieder auf Ludwig von Mises und auch auf Friedrich August von Hayek zurückgehen. Ich möchte also erläutern, wie Zinspolitik, Niedrigzinspolitik zu Wirtschaftskrisen führen kann. Dann möchte ich Ihnen ein paar empirische Daten zeigen zum Euroraum und dann später zu Deutschland insbesondere, wo wir uns ein bisschen angucken, wie die Geldmenge sich entwickelt hat. Wir wollen uns anschauen, was haben wir eigentlich an Geldmengenentwicklung seit Euroeinführung und wie hängt das mit der Inflation zusammen? Dann wollen wir uns anschauen, was der Zusammenhang zwischen Inflation und Ungleichheit ist. Es gibt dafür Trends, da schauen wir uns die aktuellen Daten vom Forschungsteam von Thomas Piketty aus Paris an, für Deutschland. Und zum Abschluss möchte ich noch ein paar Worte zur Kapitalismuskritik sagen. Und da, Main Takeaway wird sein, dass einige der Hauptkritikpunkte am Kapitalismus halt nicht unbedingt oder nicht vollumfänglich auf das System der Märkte zurückzuführen ist, sondern eben auch insbesondere auf die Intervention im Geldsystem. Okay, kommen wir zur Zinspolitik und den Wirtschaftskrisen. Wir gehen zurück in unser Schema. Das hatten wir ja jetzt noch in guter Erinnerung. Wir haben hier eine Wirtschaft, die ist nicht im Gleichgewicht. Es gibt Anpassungsbedarf. Ich habe am Ende des letzten Vortrags schon darauf hingewiesen, was geht eigentlich einher mit diesem Anpassungsbedarf? Wenn jetzt aus den Sektoren, wo niedrige Gewinne erzielt werden, das Finanzkapital abgezogen wird und in die Sektoren geht, wo es höhere Gewinne zu holen gibt. Das geht eben auch mit realwirtschaftlichen Anpassungen einher. Menschen werden ihre Arbeitsplätze verlieren, Ressourcen werden unter Umständen eine Weile lang brachliegen und sind nicht gebraucht. Das kann als Verschwendung empfunden werden. Da liegt die Idee nahe, dass man jetzt eben nicht diesen relativ schmerzhaften Anpassungsprozess zulässt. Der kurzfristige Anpassungsprozess geht immer auch mit Kosten und Schmerzen einher. Und wenn man das nicht zulassen will, könnte man intervenieren auf den Kreditmärkten. Das ist möglich in unserem gegenwärtigen Geldsystem, in dem der Zins nicht direkt gesetzt wird von der Zentralbank, zu dem sich Unternehmen Kredite holen können, aber der Leitzins wird gesetzt und ein niedrigerer Leitzins überträgt sich dann auf die Zinsen auf den Kreditmärkten, die relevant sind für Unternehmen. Also man kann über politische Maßnahmen und Geldmengenausweitung des Zentralbanken- und Bankensystems den Zinssatz herabsenken. Wenn man das tut in dieser Situation, also den Zinssatz auf 4% herabsenkt, dann ist auf einmal nicht mehr das Signal da für die Autobauer, zu sagen, hey, wir sind hier gar nicht wirtschaftlich effizient, sondern die können sich sogar noch günstig Kredite holen, relativ günstig, und haben eine Arbitragemöglichkeit. Sie können sich für 4% Kredit holen und 5% Gewinne beim Autobauer machen. Das heißt, das ist der Effekt dieser Politik, alle können günstiger Kredite holen und investieren. Vorhin hatten wir da sozusagen einen Ausbalancierungsprozess, wo aus dem einen Sektor was abgeflossen ist, in den anderen Sektor gegangen ist, es hat sich ausgeglichen. Als Ökonomen suchen wir immer irgendwie so das Gleichgewicht, den Ausgleich, wir suchen das immer irgendwie so zu analysieren. In dem Fall wird es einfach möglich, dass sich in beiden Bereichen zu noch günstigeren oder künstlich günstigeren Konditionen Kredite geholt werden können und dass sie investiert werden können. Das hat natürlich zur Folge, dass jetzt die Kosten steigen. Das ist der gleiche Preisanpassungsprozess, wie wir den vorhin skizziert haben. Nur in beiden Sektoren gehen jetzt die Preise hoch. Das Problem ist eigentlich noch viel, viel schlimmer, denn die werden richtig weit hoch gehen. Das dauert unter Umständen eine Weile, bis das passiert, aber der Grund ist natürlich, dass das nicht die gesamte Wirtschaft abbildet hier. Es gibt ja den Rest der Wirtschaft auch noch und wenn der Zins abgesenkt wird, hat es auch auf den ganzen Rest der Wirtschaft eine Auswirkung und vergünstigt die Fremdfinanzierung und zusätzlichen Investitionen in allen Wirtschaftsbereichen. Das heißt, auch da entsteht eine Nachfrage nach Produktionsfaktoren, nach den realen Ressourcen, die zur Verfügung stehen, um Produktionsprojekte durchzuführen und die sind limitiert. Was hier passiert ist, ist, dass man einfach mehr Liquidität geschaffen hat, mehr Finanzkapital, was ausgegeben werden kann, aber die realen Beschränkungen, die realen Ressourcen, die sind begrenzt, die sind dadurch nicht mehr geworden. Jetzt entsteht natürlich in diesem Prozess ein verstärkter Kampf um die realen Ressourcen und die Preise, steigen nicht gleichmäßig, an manchen Stellen steigen sie schneller, in bestimmten Bereichen langsamer, aber in der Tendenz, weil die realen Ressourcen eben nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen, sondern begrenzt sind und durch die Kreditausweitung nicht mehr davon geschaffen wurde, besteht die Gefahr, dass eben die Kosten so stark steigen, dass einige Investitionsprojekte liquidiert werden müssen. Ja, und wenn dieser Punkt erreicht ist, dann schwingt sozusagen, dann gerät man von diesem inflationären Boom, der geschaffen wurde durch den günstigen Kredit, in eine Anpassungskrise. Die kann stärker oder schwächer ausfallen. Das kommt auf den Einzelfall drauf an, aber das ist die Dynamik, die hinter dem Konjunkturzyklus steht, den die österreichische Schule der Nationalökonomie skizziert hat. Jetzt kann man sich wieder fragen, okay, wenn es jetzt wirklich zu so einer Anpassungskrise kommt, die Kosten sind so stark gestiegen, dass die Autobauer jetzt doch nicht rentabel Autos bauen können und da pleite gehen, reihenweise, naja, dann hat man natürlich wieder ein Problem und einen Grund, politisch zu intervenieren, was macht man? Leute würden in der Krise ihre Arbeitsplätze verlieren, eine Möglichkeit wäre natürlich, die Zinsen noch weiter abzusenken und das Ganze nochmal weiter am Laufen zu halten. Wir sind ja hier erst bei 4%. Kann man nochmal weiter absenken, da geht noch was. Dann hat man wieder neue Liquidität geschaffen und das geht in die nächste Runde. Ja, man kann also dann Leute weiter beschäftigen, man schiebt gewissermaßen die Krise auf. Ja, das geht aber auch nur so lange und irgendwann knallt es dann doch. Aber diese Dynamik ist eigentlich das, was wir hinter den langfristigen Trends in der jüngeren Vergangenheit beim Zinsniveau beobachten können. Hier haben Sie die Nominal- und Realzinsen für Japan, die USA und den Euroraum und der Trend ist ganz klar, das geht runter. Das ist die Abbildung aus dem zweiten Artikel, den Sie im Reader zur Verfügung gestellt bekommen haben, von Gunter Schnabel, der das Ganze, diese Dynamik auf eine asymmetrische Geldpolitik zurückführt. Das heißt, es gibt eigentlich immer Anreize, das Zinsniveau entweder da zu lassen, wo es ist oder wenn irgendwas nicht so läuft, es abzusenken. Sehr selten oder nur asymmetrisch wird es wieder angehoben. Und das führt eben über einen längeren Zeitraum dazu, dass die Zinsen sukzessive gen Null gehen, was man hier schon beobachten kann, bis 2013, aber in den letzten Jahren hat sich daran nichts verändert. Wie ich vorhin schon angesprochen habe, die Zinsen für Refinanzierungsgeschäfte von Geschäftsbanken bei den Zentralbanken im Euroraum sind schon negativ und natürlich an gewisse Bedingungen gekoppelt. So, das ist der Trend. Und der geht natürlich mit einer enormen Geldmengenausweitung einher. Also das Absenken der Zinsen ist möglich, weil man Geld schaffen kann, neue Liquidität schaffen kann durch das Fiat-Geldsystem. Und das hat Implikationen. Diese Geldmengenausweitung hat Implikationen, nicht nur was Wirtschaftskrisen angeht oder Ungleichgewichte, die entstehen und Fragilität, die entsteht, sondern auch noch weitere Folgen. Und die schauen wir uns jetzt an. Zunächst mal, soll es um die Expansion der Geldmenge und Inflation gehen. Wir wollen einfach mal anschauen, wie sieht das aus für den Euroraum. So, da fangen wir an mit der Geldmenge M1 seit Einführung des Euros, beziehungsweise kurz vorher. Sehen Sie hier, das ist indexiert auf das vierte Quartal 1998, also vor Einführung des Euros als Buchgeld, auf 100 normiert und dann sehen Sie den relativen Anstieg dieser Geldmenge M1. M1 ist die Geldmenge, die man so intuitiv für Geld hält. Das ist das Bargeld, was Sie im Portemonnaie haben, was im Umlauf ist und das normale Geld auf Ihren Girokonten, was Sie jederzeit zur Ausgabe und zum Kauf von Gütern und Dienstleistungen verwenden können. Was sehen Sie hier in den gut zwei Dekaden, seitdem der Euro da ist, wurde diese Geldmenge im Euroraum um den Faktor 6 ausgeweitet, also von 100 auf über 600 gestiegen. Über 500 Prozent ist diese Geldmenge gestiegen. Das ist einfach schon mal, wenn man sich das vor Augen hält, beeindruckend. Also so starke Geldmengenausweitungen, das muss doch irgendwelche Effekte haben. Ist die Wirtschaft gleichzeitig real so stark gestiegen? Haben wir so starke Inflationen gehabt? Inflationen haben wir im Verhältnis ganz geringen gehabt, jedenfalls gemessen im HVPI. Der HVPI ist im Aggregat für die Eurozone in der Zeit so etwa 40 Prozent gestiegen. Und da sehen Sie, okay, da gibt es eine riesengroße Diskrepanz, das spiegelt sich also nicht im harmonisierten Verbraucherpreisindex wieder, also bei den Konsumgütern und Konsumdienstleistungen. Ist vielleicht irgendwo anders hingegangen, das Geld. Also irgendwo anders einen Effekt gehabt. Vielleicht ist ja die Realwirtschaft gewachsen und hat diese zusätzliche Geldmenge absorbiert. Das wären ja so intuitiv die zwei Möglichkeiten. Entweder entsteht durch die größere Geldmenge Preisinflation, dann werden die Güter und Dienstleistungen teurer. Oder aber es werden mehr Güter und Dienstleistungen produziert, dann wird also diese zusätzliche Geldmenge dadurch absorbiert, ohne dass man Stückpreissteigerungen hat. Aber das ist auch nicht passiert. Die reale Wirtschaft ist also erschreckend wenig gewachsen nach offiziellen Zahlen im Euroraum. Das ist ein bisschen über 30 Prozent. Das ist natürlich jetzt durch die Corona-Krise, dann gab es noch einen kleinen Dämpfer und so weiter. Aber wirklich erschreckend geringes reales Wirtschaftswachstum. Das erklärt das auch nicht. Also diese Geldmenge wurde nicht durch reales Wirtschaftswachstum absorbiert. So, aber diese Lücke, die muss man irgendwie erklären. Was ist da passiert? Das ist die Frage. Um das Ganze nochmal vielleicht anschaulicher zu machen, hier die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten, also im geometrischen Mittel. Wie stark sind diese Zeitreihen gestiegen? Und da sehen Sie, okay, da gibt es einen riesengroßen Unterschied im durchschnittlichen Wachstum der Geldmenge M1 und auf der anderen Seite dem HVPI, der Preisinflation offiziell gemessen und dem realen Wirtschaftswachstum. Und wenn Sie sich die Zahlen angucken und jetzt mal so eine Milchmädchenrechnung machen, dann sehen Sie, okay, die Geldmenge ist pro Jahr über die gesamte Zeit im Durchschnitt 5,5 Prozentpunkte schneller gestiegen als das reale BIP und der HVPI zusammen. Ja, und das ist sozusagen, das ist die Erklärungslücke, die jährliche durchschnittliche Erklärungslücke, die wir irgendwie füllen wollen. Was passiert mit dem Geld? Und es ist jetzt nicht so, dass es da keine Erklärungsansätze für gibt, ganz im Gegenteil. Im Wesentlichen sind es zwei. Also der erste Erklärungsansatz ist, naja, da hat sich eben zeitgleich, was mit der Geldnachfrage getan. Ja, es ist mehr Geld im Umlauf, aber gleichzeitig wollen die Leute einfach auch mehr Geld haben und halten und horten. Die geben das nicht so schnell aus. Die sitzen einfach drauf. Das ist entweder unter dem Kopfkissen zu Hause oder auf dem Girokonto, wird aber nicht ausgegeben und kann deswegen keine inflationäre Wirkung entfalten. Diese Erklärung, die ist nicht einfach so von der Hand zu weisen, die ist wichtig, die ist aber insbesondere wichtig in Krisensituationen, also kurzfristig. Also jetzt im Zuge der Corona-Krise zum Beispiel, ganz wichtiger Faktor. Da wurde ganz viel Liquidität geschaffen, die Menschen horten das Geld, aber und geben es nicht aus. Da ist eine Zurückhaltung bei der Geldausgabe oder die Rückhaltungsnachfrage, wie man es nennt, nach Geld ist gestiegen, weil man jetzt nicht eben unsicher ist und nicht weiß, was die Zukunft bringt. Allerdings, wenn man jetzt eine langfristigere Perspektive einnimmt, so wie wir das gerade getan haben, also über mehr als zwei Dekaden, da war es ja nicht immer schlecht, die Wirtschaftslage. Und da ist es jetzt relativ unplausibel anzunehmen, dass die gesamte Lücke durch eine Erhöhung der Geldnachfrage in dem Maße Jahr für Jahr erklärt werden kann. Eigentlich ist das Gegenteil zu erwarten, dass wenn man ein preisinflationäres Umfeld schafft, was wir ja haben, auch wenn die HVPI-Inflation nur bei 1,6% liegt, ist das Gegenteil zu erwarten, nämlich dass die Leute tendenziell eher schneller das Geld ausgeben. Wenn das Geld über die Zeit an Wert verliert, hat man eher einen ökonomischen Anreiz, es schneller auszugeben als langsamer. Das heißt, die Umlaufgeschwindigkeit könnte auch steigen aus diesem Grund. Es gibt andere Gründe, die dagegen sprechen. Aber es ist jedenfalls relativ unplausibel anzunehmen, dass das alles erklären kann. Und ein anderer Erklärungsansatz ist eben zu sagen, okay, vielleicht bildet der HVPI einfach nicht die allgemeine Preisinflation ab. So, das kann jetzt unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht ist der HVPI verzerrt bei dem, was er versucht zu messen. Wir haben gestern schon mal über Qualitätsanpassungen gesprochen. Das Problem bei Qualitätsanpassungen ist, dass sie einseitig vorgenommen werden, im Wesentlichen. Bei Qualitätsverbesserungen werden die Preise runtergerechnet. Bei Qualitätsverschlechterungen nicht im gleichen Maße hoch. Das hat auch ganz praktische Gründe, weil man die Qualitätsverschlechterungen oft nicht so gut beobachten kann in den Produkten. Produzenten haben ja einen Anreiz, die zu verstecken. Wenn ein Computer schneller wird, dann sieht man es in der Anzeige und in der Werbung. Ist quantitativ leicht zu messen, kann man berücksichtigen. Wenn Plastik und Kunststoff statt irgendwelcher Natur Materialien verwendet wird, was man als Qualitätsverschlechterung bewerten kann, manchmal auch als Verbesserung, ist natürlich subjektiv, kann man das nicht so einfach berücksichtigen. Oder wenn was bei der Verkabelung im Computer nicht so gut gemacht wird, wie sonst. Oder deswegen nicht so lange hält. Das ist alles ein unheimlich interessantes und vielschichtiges Gebiet, darüber nachzudenken, ob es da Verzerrungen geben könnte. Aber das möchte ich jetzt für den Vortrag eigentlich außen vor lassen. Eine andere Möglichkeit ist ja, dass der HVPI einfach nicht an der richtigen Stelle misst. Vielleicht ist die Konsumentenpreisinflation wirklich so, wie er sie ausgibt, nehmen wir das einfach mal an. Aber vielleicht gibt es überproportionale preisinflationäre Entwicklungen anderswo. Und das kann man eben relativ einfach und schnell dokumentieren, dass das wirklich so ist. Hier haben Sie jetzt Daten für Deutschland, den HVPI, mit dem DAX zusammen. Da sehen Sie jetzt, okay, bei den Aktienpreisen, gemessen am deutschen Aktienindex, gibt es natürlich viel Volatilität, das geht mal auf und mal ab, sehr viele Schwankungen. Aber im Durchschnitt überproportional stark gestiegen die Preise. Insbesondere, wenn Sie sich hier das letzte Ende angucken für die Corona-Krise, das gibt Ihnen einen Indikator dafür, dass es wahrscheinlich inflationsgetrieben ist. Also es ist sehr schwer anzunehmen, dass das da reale Produktivitätsgewinne sind, erwartete oder realisierte. Also wahrscheinlich inflationsgetrieben, zu einem großen Teil. Muss nicht nur inflationsgetrieben sein. Aber was Sie sehen, ist, dass es eben bei den Aktien als eine Art von Vermögenswerten eine überproportionale Preisinflation gibt, und das ist auch kein Zufall. Das können Sie in anderen Ländern beobachten. Die Aufspaltung geht schon länger zurück. Wenn Sie sich jetzt Amerika anschauen, seit den 80er Jahren, dass der Index, der New York Stock Exchange deutlich schneller gestiegen ist, überproportional stark zu den Konsumentenpreisen. Und das ist eine natürliche Entwicklung deswegen, weil man natürlich in einem preisinflationären umfällt. Und wenn die Inflation auch nur bei 1,6 oder 1,4 Prozent ist, ein Anreiz dafür schafft, seine Ersparnisse in inflationsbesicherte Anlageklassen umzulagern. Das heißt, es besteht eine extra Nachfrage, die darüber hinausgeht, über die zusätzliche Liquidität, die geschaffen wurde. Es gibt auch noch einen extra ökonomischen Anreiz, seine Ersparnisse umzulagern und zum Beispiel in Aktien zu gehen. Und durch die erhöhte Nachfrage treibt es dort eben die Preise dann nochmal besonders in die Höhe. Deswegen hat man eine überproportionale Vermögenspreisinflation tendenziell in einem allgemeinen preisinflationären wirtschaftlichen Umfeld. Für Deutschland kann man auch überproportionale Preisinflation bei den Immobilienpreisen beobachten. Das ist jetzt hier der Immobilienpreisindex für Wohnimmobilien von der Bundesbank. Ganz interessante Dynamik, Sie sehen es, ich habe das gestern auch schon angesprochen, es gab keine Immobilienblase in Deutschland vor der Finanzkrise 2007, 2008, aber seither sind die Immobilienpreise so stark gestiegen, dass der Index auch den HVPI wieder eingeholt hat. Mit in den letzten Jahren Inflationsraten in bestimmten Gegenden von über 10%. So, auch da haben wir also zumindest für die zweite Hälfte der betrachteten Periode überproportionale Preisinflation. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, der nach meinem Dafürhalten wichtig ist, wenn man über inflationäre Tendenzen nachdenkt. Und das betrifft die Inflation bei öffentlichen Gütern. Ja, die kosten ja auch was. Da gibt es nun keine Marktpreise, weil man sie nicht am Markt handelt, sondern sie werden staatlich bereitgestellt, Infrastruktur, Bildung, Verteidigung und so weiter. Aber man kann das ja an den Bereitstellungskosten messen und das ist das Steueraufkommen, was gezahlt wird. Der Preis für die öffentlichen Güter, die von den Regierungen, von den Staaten, in dem Fall von Deutschland, bereitgestellt werden, sind die Steuern, die die deutschen Haushalte zahlen. Und das ist jetzt hier das Steueraufkommen in Deutschland insgesamt. Da sehen Sie auch da, okay, das Steueraufkommen ist auch überproportional gestiegen im Verhältnis zum HVPI, zur allgemeinen Preisinflation. Auch hier kann man jetzt die durchschnittlichen Wachstumsraten berechnen. Das ist jetzt kein Wunder, wir haben es schon in der Grafik gesehen, in all drei Bereichen, die nicht abgedeckt werden im HVPI, auch die Wohnimmobilien werden nicht abgedeckt, haben wir überdurchschnittliche Inflationsraten. Und man erkennt jetzt eine ganz interessante Dynamik, wenn man die Zeitperiode aufsplittet in die erste Hälfte und die zweite Hälfte grob. Da sieht man, in der ersten Hälfte war die HVPI-Inflation relativ hoch im Vergleich zur Gesamtperiode. In der zweiten Hälfte war sie relativ niedrig. Und bei all den drei anderen Kategorien sieht man genau den umgekehrten Trend. Die sind überdurchschnittlich in der zweiten Hälfte der Periode und unterdurchschnittlich in der ersten Hälfte. Das heißt, diese niedrige HVPI-Preisinflation, die ja auch ein Argument geliefert hat, für die Geldpolitik expansiv vorzugehen, die hat in der gleichen Zeit, als die HVPI-Inflation relativ gering war in Deutschland, für deutlich überproportionale Inflationstendenzen in diesen anderen Bereichen geliefert, bei Aktien, Wohnimmobilien und auch bei öffentlichen Gütern. So und das allein schon hat einen Effekt auf Haushalte. Das führt zu einer intertemporalen Verzerrung, wenn Sie so wollen. Denn eine überproportionale Vermögenspreisinflation in der Art erschwert natürlich für einen Haushalt, der jetzt sagen wir mal bei Null anfängt, erschwert den Ersparnisaufbau für den Zukunftskonsum. Anlagegüter, Vermögenswerte kauft man deswegen, weil man für die Zukunft vorsorgen will, wenn die überproportional teuer werden, bekommt man eben für sein Geld weniger Haus und weniger Aktien. Und wenn die Steuerlast größer wird, im Schnitt, wird es auch schwerer für die Zukunft vorzusorgen. Das ist also etwas, was man in jedem Fall berücksichtigen möchte, wenn man so Dinge wie die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung der Realeinkommen von Haushalten sich anschaut. Denn Haushalte sind eben nicht nur Konsumenten in der Gegenwart, sondern sie sind immer auch Sparer für die Zukunft und versuchen vorzusorgen. Und wenn das eben erschwert wird, hat das einen Einfluss auf die allgemeine Lebensqualität. So, jetzt möchte ich Ihnen eine Variante zeigen, wie man das Ganze zu einem allgemeineren Inflationsmaß zusammenfassen kann. Das geht auch eine Publikation von Gunter Schnabel und mir aus dem letzten Jahr zurück, wurde beim IFO-Institut in München als Arbeitspapier veröffentlicht. Was wir machen, um einen alternativen allgemeinen Inflationsindex zu berechnen, ist, wir nehmen jetzt erstmal den HVPI als Grundlage, gehen davon aus, dass der das schon halbwegs vernünftig abbildet, was bei den Konsumentengütern und Dienstleistungen stattfindet. So, den Gewicht nur mit 45%. Dann nehmen wir die Wohnimmobilien hinzu, die Gewicht nur mit 5%. Das entspricht dann ungefähr dem Anteil des selbstgenutzten Wohnraums im nationalen Verbraucherpreisindex. Der hat selbstgenutzten Wohnraum mit drin, allerdings, und das ist jetzt der Clou, da werden nur Mietequivalente genommen und nicht die Kaufpreise von Immobilien. Das heißt, da ist ein Problem da, weil Mieten relativ stark reguliert werden, die können in inflationären Phasen nicht so stark steigen wie die Kaufpreise von Immobilien. Dann nehmen wir den DAX hinzu mit 10%, entspricht in etwa der durchschnittlichen Sparquote von deutschen Haushalten. Wir nehmen jetzt Aktien einfach stellvertretend als einen Vermögenswert, den man eben so kauft, wenn man spart und vorsorgt für die Zukunft. Und dann haben wir die Steuereinnahmen mit 40%, das entspricht der durchschnittlichen Steuerlast eines deutschen Haushaltes. Wenn man das zusammenrechnet, dann bekommt man einen Alternativindex, der eine interessante Dynamik zeigt. Der ist zunächst mal gar nicht unbedingt höher. In der ersten Periode geht es ein bisschen hoch, dann ist er drunter unter dem HVPI und dann merkt man also seit der Krise 2007, 2008, da nimmt er dann deutlich an Fahrt auf. Da geht es richtig hoch. Und über die gesamte Periode ist er natürlich überdurchschnittlich gestiegen im Vergleich zum HVPI. Das ist jetzt auch kein Wunder, wenn man nur Sachen reinnimmt, die größere Inflationsraten aufweisen, dann hat man am Ende höhere Inflationsraten. Aber die sind da nicht ohne Grund da. Interessant wird das auch, wenn man sich jetzt die Wachstumsraten anschaut. Da sieht man, okay, da gibt es mal Ausschläge weit nach oben, Ausschläge weit nach unten. Das ist eine interessante Eigenart, dieses Alternativindex, der aus geldpolitischer Perspektive interessant ist, weil er natürlich den Konjunkturzyklus jetzt hier deutlicher abbildet, als man das im HVPI hat. Und die Geldpolitik im Euroraum, die orientiert sich an der Preisinflation mit der impliziten Annahme, dass man da konjunkturelle Schwankungen ganz gut ablesen kann. Das heißt, wenn der HVPI runtergeht, dann ist es ein Problem, da muss man intervenieren, expansiv, geldpolitisch. Aber da passiert eigentlich gar nicht viel beim HVPI. Mit dem Alternativindex sieht man sehr viel deutlicher, was los ist. Da sieht man die Dotcom-Blase am Anfang, dann den Zusammenbruch, da sieht man auch sehr schön den inflationären Aufschwung vor der Finanzkrise. Obwohl es in Deutschland keine Immobilienblase gegeben hat, das ist auch getrieben durch den DAX und die Aktienpreise. Da hätte man sozusagen da ein Signal gehabt. Und die Hoffnung wäre natürlich, wenn man jetzt da so ein bisschen breiteren Blick drauf wirft, auf die Preisinflation, könnte man auch solche inflationären Booms früher erkennen und dann im Idealfall natürlich auch den Abschwung, der da folgt, verhindern, indem man halt schon vorher auf die Bremse drückt. Haben Sie hier in der letzten Hälfte der Periode, sehen Sie mal so die durchschnittlichen Unterschiede, die man da in den Inflationsraten hat für den HVPI und für den Alternativindex, sind ungefähr zwei Prozentpunkte. Und jetzt natürlich klar, wenn Sie bereit sind, dieses breitere Inflationsmaß zur Bewertung der Kaufkraft des Geldes heranzuziehen, anstelle des HVPI, dann kommen Sie auf ganz andere Ergebnisse, was realwirtschaftliche Entwicklung angeht. Und Sie kommen insbesondere auch auf interessante Ergebnisse, die die Ungleichheit betreffen. Was ich zunächst mal machen möchte jetzt ist, die Lohnentwicklung anzuschauen in Deutschland. Das sind Daten vom sozioökonomischen Panel vom DIW in Berlin. Da haben Sie einmal die nominalen Medianlöhne über die Zeit, die sind gestiegen und dann haben Sie die realen Medianlöhne, wenn Sie den HVPI verwenden. Das sieht nicht so spektakulär aus für Deutschland. Das ist ein bisschen gestiegen am Anfang, dann stagniert, gesunken, insgesamt 1,2 Prozentpunkte gestiegen. Der Medianreallohn in Deutschland, brutto. Wenn Sie jetzt den Alternativindex nehmen, dann haben Sie natürlich ein anderes Ergebnis, dann kommen Sie auf ein negatives Medianlohnwachstum. So, das hat natürlich eine Implikation. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie sind ein Haushalt, der primär von Arbeitseinkommen lebt, ungefähr das Medianeinkommen verdient, dann sind haben Sie eine geringere Kaufkraft real mit Ihrem Einkommen heute, als Sie es vor Beginn des Euros hatten. Und das betrifft natürlich insbesondere Haushalte, die in der Einkommensverteilung unten angesiedelt sind. Haushalte, die primär von Arbeitseinkommen leben, befinden sich oft unten in der Einkommensverteilung. Haushalte, die oben sind in der Einkommensverteilung, haben üblicherweise komplementäre Einkommensquellen wie Kapitalbesitz. Da kommt das dann nicht so sehr zum Tragen und oft sind sie auch über Median, was den Lohn angeht. So, jetzt möchte ich einen Blick auf die Einkommensungleichheit in Deutschland werfen. Hier sehen Sie die Einkommensanteile für die oberen 10 und die unteren 50% in Deutschland vorsteuern. Was Sie ja da sehen können, ist, dass der Anteil am Gesamteinkommen für die oberen 10% gestiegen ist, in blau und für die unteren 50% gesunken. Das ist ein Indikator dafür, dass also die Einkommensungleichheit gestiegen ist in Deutschland. Sie können sich das Ganze auch anschauen, nachsteuern, sieht das so aus, da rücken die Dichter zusammen, die überschneiden sich jetzt, das heißt absolut ist die Ungleichheit natürlich geringer nachsteuern, aber der Trend ist der gleiche. Also auch nachsteuern ist die Ungleichheit gestiegen. Und das richtig Interessante ist, wenn Sie das Verhältnis bilden aus dem Anteil der oberen 10% und dem Anteil der unteren 50% vor und nach steuern. Das sehen Sie hier. Da haben Sie jetzt zwei Zeitreihen indiziert, normiert, auf den gleichen Startpunkt, das Verhältnis der oberen 10%, geteilt das Verhältnis der unteren 50% über die Zeit vor und nach steuern. Da sehen Sie, dass insgesamt nachsteuern die Ungleichheit stärker gestiegen ist als vorsteuern. Das ist interessant, nachsteuern stärker gestiegen als vorsteuern. Das ist jetzt nicht ein klarer Trend über die gesamte Periode, aber insgesamt ist es so. Man sieht, da geht es mal auf, da geht es mal ab, dann geht es wieder auseinander. Das ist eine interessante Dynamik. Wenn Sie sich das genauer angucken, dann sehen Sie, okay, da mit der Dotcom-Blase geht es auseinander, dann geht es wieder zusammen, dann bleibt es eigentlich relativ stabil, mit der Finanzkrise drücken sich die beiden wieder zusammen und mit Aufkommen der unkonventionellen Geldpolitik geht es wieder auseinander. Das ist jetzt hier eine bewährte Forschungsmethode, die nennt sich Eyeball Econometrics. Wir versuchen einfach ein Muster zu erkennen, vielleicht überbewerte ich das, aber es ist in jedem Falle interessant, es scheint einen konjunkturellen Zusammenhang zu geben zwischen der Entwicklung der Ungleichheit vor- und nachsteuern. Was erklärt denn das? Ja, wir haben ja bereits gesehen, dass die Inflation und die Geldmengenausweitung zu überproportionaler Vermögenspreisinflation führt. Das heißt, die expansive Geldpolitik stimuliert also insbesondere auch die Kapitaleinkommen in Deutschland. Die sind üblicherweise werden sie bezogen von Bevölkerungsschichten im oberen Teil der Einkommensverteilung. Und da hinzu kommt der Effekt, dass Kapitaleinkommen geringer besteuert sind als Arbeitseinkommen. Und wenn Sie das alles zusammensetzen, dann können Sie diese Dynamik erklären. In einem inflationären Boom, in einem inflationären Aufschwung werden insbesondere die Kapitaleinkommen gefördert, die werden geringer besteuert, deswegen geht die Ungleichheit nachsteuern schneller hoch als vorsteuern. Und bei der Anpassungskrise, Rezession, gibt es die Korrektur. So, das ist jetzt noch eine weitere Statistik, die ich Ihnen zeigen möchte, das ist das Verhältnis der Vermögen zu den Einkommen. Also Sie gucken sich an für Deutschland wieder, was ist das Gesamtvermögen der Bevölkerung im Verhältnis zum Gesamtjahreseinkommen der Bevölkerung. Das sieht jetzt nicht so spektakulär aus, aber Sie sehen auch da, das ist gestiegen und insbesondere nach der Krise mit Aufkommen der unkonventionellen Geldpolitik ist es gestiegen. Was bedeutet das? Das ist ungefähr von ein bisschen über vier auf fast fünf angestiegen. Das bedeutet also, dass am Anfang die Vermögen im Verhältnis zu den jährlichen Einkommen viermal so groß waren und zum Ende hin sind sie eher fünfmal so groß. Hat das irgendeine Implikation? Ja, hat das. Wenn Sie ein gegebenes Einkommen beziehen als Haushalt, als Individuum und bei null anfangen und sich in der Vermögensleiter hocharbeiten wollen, haben Sie einen längeren Weg zu gehen, um eine relative Position dort zu erklimmen. Um den Median oder den Durchschnitt zu erreichen, müssen Sie länger arbeiten, mehr Jahre arbeiten, um da anzukommen. Also in dem Sinne, und das ist ja im Wesentlichen durch überproportionale Vermögenspreisinflation getrieben, führt die expansive Geldpolitik dazu, dass der soziale Aufstieg erschwert wird. Also die soziale Mobilität nach oben wird relativ schwieriger. Das hat auch eine weitere Implikation, wenn der Aufstieg nach oben schwieriger wird, dann wird natürlich auch der Abstieg nach unten schwieriger. Oder anders gesagt, es ist leichter, oben zu bleiben, wenn Sie oben sind. Auch das ist natürlich eng in Verbindung mit der überproportionalen Vermögenspreisinflation. Wem kommt die denn zugute, wenn Sie darüber nachdenken? Natürlich all denen, die bereits Vermögenswerte haben. Wenn die Häuserpreise steigen und Sie Immobilienbesitzer sind, stört Sie das nicht so sehr. Da freuen Sie sich drüber. Wenn Sie viele Aktien besitzen und die Aktienpreise in die Höhe gehen, ist das auch gut für Sie. Also da diese Dynamik ist da auch wieder erklärt, in den überproportionalen Vermögenspreis zu wechseln. So und jetzt möchte ich zum Abschluss noch ein paar Worte zur gängigen Kapitalismuskritik sagen. Wir haben ja jetzt hier viel uns angeschaut, was man kritisch sehen kann und die meisten Leute kritisch sehen. Und das wird oft eben als eine Entwicklung des Kapitalismus angesehen. Das heißt oft, der Kapitalismus führe zu Krisen, führe zu sozialer Ungleichheit oder Ungerechtigkeit und zur Konzentration von Marktmacht. Das ist noch ein dritter Punkt. All diese Tendenzen können wir eigentlich mit dem, was wir jetzt gerade gesehen haben, ganz gut erklären, nur unsere Ursacheanalyse ist eine andere. Wir würden jetzt nicht sagen, dass es unbedingt allumfänglich auf das System der Märkte, auf die Marktwirtschaft zurückzuführen ist, beziehungsweise auf den Kapitalismus. Aber dann kommt es darauf an, wie meint man das denn mit dem Kapitalismus, was ist damit gemeint. Und wenn man eben das System so versteht, wie es gerade existiert, das Kapitalismus nennt, dann stimmen die Kritikpunkte in jedem Fall oder ich würde zustimmen. Es ist auch immer ein Fünkchen Wahrheit drin, wenn Sie als Kapitalismus einfach freie Marktwirtschaft verstehen. Natürlich gibt es in der dynamischen freien Wirtschaft immer auch die Gefahr, dass da was schief geht und dass krisenartige Zustände entstehen. Ich würde nicht denken, dass jetzt wirklich dieser Konjunkturzyklus, so wie wir den haben in der jüngeren Vergangenheit, dass der in der Form auftreten würde, wenn man nicht den Interventionismus der Zentralbanken hätte, aber das sei mal dahingestellt. Es führt auch natürlich zu Ungleichheit. Wenn man eine freie Marktwirtschaft hat, führt es zu Ungleichheit. Das ist auch richtig, in einem gewissen Grad, aber es ist immer entscheidend, wie kommt die Ungleichheit eigentlich zustande. und wenn man das Argument jetzt akzeptiert, was ich hier präsentiert habe, dass also expansive Geldpolitik um Verteilungseffekte zeitigt, die insbesondere denen zugutekommen, die oben angesiedelt sind in der Einkommens- und Vermögensverteilung, dann ist das eben kein Auswuchs der freien Märkte, sondern ein Effekt des Interventionismus, jedenfalls insofern man das Argument akzeptiert. Es mag auch nicht der einzige Treiber sein, es kann andere Treiber geben. Sagen wir noch mal ein paar Worte zu den Krisen. Ich habe jetzt die österreichische Konjunkturzyklen-Theorie angedeutet, ganz kurz zusammengefasst, die ist natürlich etwas komplizierter, aber es gibt da noch mehr sozusagen zum Zusammenhang zwischen der Niedrigzinspolitik und Wirtschaftskrisen. Denn was die Niedrigzinspolitik eben auch insbesondere vorantreibt, ist die Schuldenwirtschaft. Ja, also niedrige Zinsen treiben die Wirtschaftsakteure in die Schulden. Hier haben Sie jetzt die Haushaltsschulden im Verhältnis zum BIP in der Eurozone. Da gab es ein kleines Korrektiv nach der Krise. Seit Corona-Pandemie ist das wieder etwas hochgegangen. Dann können Sie dagegenlegen, hier die Staatsschulden, die sind noch etwas höher. Da sehen Sie seit der Krise natürlich einen rasanten Anstieg zurückzuführen auf die ganzen fiskalpolitischen Maßnahmen, die über Schuldenaufnahme möglich waren. Und hier haben Sie die Unternehmen, die sind noch mehr verschuldet in der Eurozone. Wenn Sie das alles zusammenrechnen, haben Sie einen deutlich positiven Trend. Die Schuldenlast insgesamt im Verhältnis zur Wirtschaftskraft, zum jährlichen Einkommen, zum BIP, wird immer größer. Seit der Corona-Krise jetzt dicht an 300%. Also die Schulden insgesamt sind dreimal so groß wie die jährlichen Einkommen. Und das hat jetzt noch nicht mal die impliziten Staatsschulden mit drin. Und was ist der Effekt? Naja, eine übermäßig schuldenfinanzierte oder fremdfinanzierte Wirtschaft ist anfälliger, sie ist fragiler. Wenn irgendwas schiefläuft, wenn irgendwas passiert, warum auch immer die Krise jetzt ausbricht, Sie können ja anderer Meinung sein, was die Ursache des Auslösers angeht, aber sobald was passiert, ist eine überschuldete Wirtschaft sehr, sehr viel fragiler und anfälliger. Die Effekte einer Krise werden amplifiziert, weil es Ansteckungseffekte gibt. Wenn einem im Wesentlichen fremdfinanziertes Unternehmen pleite geht, dann geraten auch die Gläubiger in Schieflage und haben Probleme. Wenn die verschuldet sind bei jemandem und dann nicht zahlen können, überträgt sich das weiter. Das sind Dominoeffekte oder Ansteckungseffekte. Krisensymptome werden amplifiziert durch die Schuldenwirtschaft. Okay, dann vielleicht noch ein paar Worte zur sozialen Ungerechtigkeit. Ich habe ja jetzt skizziert und ein Argument präsentiert, warum insbesondere die Einkommensungleichheit durch die expansive Geldpolitik befeuert wird. Ich sage das nochmal, es ist nicht der einzige Treiber. Es kann andere Faktoren geben, aber ich glaube, es ist einen wichtiger. Und es gibt da noch mehr zu sagen zu diesem Thema Ungleichheit und Niedrigzinspolitik. Es ist ja ein gängiges Vorurteil oder ein Glaube, dass niedrige Zinsen insbesondere den kleinen Mann und der kleinen Frau nützen. Da kann man sich eben auch ein Haus kaufen. Aber das ist wirklich ein Trugschluss. Niedrige Zinsen dienen insbesondere und bevorteilen insbesondere denen, die sowieso schon viel haben. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Wenn man Kredite vergibt, guckt man ja auf die Bonität. Wer hat eine gute Bonität? Leute mit hohen stabilen Einkommen und Leute, die bereits Vermögenswerte haben, die sie als Pfand benutzen können. Das kommt nicht von ungefähr, dass ein großer amerikanischer Staatsmann einmal sagt, I love low interest rates. Donald Trump. Der hat sicherlich von der Niedrigzinspolitik der FED sehr profitiert. Er hat nicht nur sich günstige Kredite holen können, der hat ja auch noch über Mauscheleien mit dem Bürgermeister von New York City hat er ja auch noch einen Schuldenerlass ausgehandelt, dass er nicht alles zurückzahlen musste, was er an Schulden aufgenommen hatte. Das ist eine besonders interessante Geschichte, aber die Tendenz ist klar und es liegt in der diskriminierenden Natur von Kreditgeschäften. Kredit wird nicht gleich vergeben an alle, sondern wenn man Kredite vergibt, vergibt man die an die Leute, die ein geringes Kreditausfallrisiko haben und das haben sie, weil sie wirtschaftlich gut dastehen in der Tendenz, wenn man sich das aussuchen kann. Wenn es auf das Risiko nicht ankommt, dann gibt man den Kredit auch an Leute, die keine gute Bonität haben, das ist noch eine andere Dynamik. Aber es ist jedenfalls im Allgemeinen falsch anzunehmen, dass niedrige Zinsen jetzt gerade kleinen Leuten helfen, weil die großen Leute sind die, die sich überproportional verschulden und die kleinen Leute sind oft die, die versuchen irgendwas zu sparen und mit den niedrigen Zinsen dann nicht mal was auf ihr Erspartes bekommen. Und ja, jetzt zum Abschluss noch was zu den Konzentrationseffekten, die auch oft bemängelt werden am Kapitalismus, also der Kapitalismus führe dazu, dass sich Marktmacht konzentriert in wenigen Händen, Monopolisierung von Wirtschaftszweigen und so weiter und so fort. Man kann im Grunde das Argument, was ich gerade vorgetragen habe, mit den Niedrigzinsen, die relativ wohlhabende Individuen besser stellt, überproportional bevorteilt im Vergleich zu nicht so gut situierten, kann man auf die Unternehmensebene übertragen. Das gleiche gilt natürlich für Unternehmen. Niedrigzinsen erlauben es insbesondere Großunternehmen, sich relativ einfach zu refinanzieren, weil sie große Cashflows haben, weil sie Vermögenswerte haben und so weiter. Und das erlaubt es ihnen, sich kleinere unliebsame Konkurrenz einfacher vom Hals zu halten. Und das ist in dem Sinne ein Treiber für die Konzentrationseffekte in der Marktwirtschaft, im Kapitalismus, die so oft bemängelt werden. Die kann es auch aus anderen Gründen geben, es gibt natürliche Konzentrationstendenzen in bestimmten Sektoren, das will ich nicht abstreiten, aber diese Niedrigzinspolitik befördert es noch, macht es noch stärker. Ein letzter Punkt, den will ich noch anfügen, zur unkonventionellen Geldpolitik, man redet von unkonventioneller Geldpolitik immer dann, wenn es jetzt also nicht direkt um die Zinssetzung geht, sondern wenn die Zentralbanken vielmehr als Käufer von Vermögenswerten direkt auf dem Markt auftreten. Und auch da ist es natürlich so, dass das tendenziell diese Konzentrationseffekte vorantreibt, weil die Zentralbanken kaufen nicht die Anleihen von kleinen Unternehmen, sondern eben von großen Konzernen. Und diejenigen, die einen Vorteil haben, sind dann eben die großen Konzerne. Also auch da wird tendenziell die Konzentration von Marktmacht gefördert. So, wenn man sich das jetzt nochmal alles vor Augen hält, diese Kritikpunkte, Krisen, soziale Ungerechtigkeit, Konzentration von Marktmacht, ist alles vorhanden in dem System, was wir haben, was wir beobachten, aber es ist eben nicht nur ein Auswuchs der freien Marktdynamik, sondern eben auch insbesondere des Interventionismus im Geldsystem. Und insofern, als dass man das eben erkennt als eine ursächliche Wirkung, muss das natürlich auch kritisiert werden und nicht das Marktsystem. Vielen Dank.